Ein Kryptowahl verkauft ETH mit 44.000% Gewinn. Der Großinvestor war über 8 Jahre lang in ETH investiert und nahm nun erste Gewinne mit. Laut EmberCN kaufte der Wahl 2016 insgesamt 16.600 ETH für etwa 87.000 US-Dollar von ShapeShift. Er verkaufte nun 350 ETH zu je 2.340 US-Dollar und kassierte dafür insgesamt 819 US-Dollar. Trotz ETH-Kursschwäche sind seine verbleibenden 16.000 ETH noch immer rund 37,5 Millionen US-Dollar wert. Diese großen ETH-Verschiebungen von Frühinvestoren können die Preisdynamik und Marktvolatilität beeinflussen. Im Vergleich zu Bitcoin hat Ethereum seit Jahresbeginn 2024 deutlich an Wert verloren, was viele Investoren ungeduldig macht. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.